Leute, hier habe ich jetzt für euch eine kleine Überraschung. Also, ich habe ein bisschen auch mit DE gequatscht und meine Glyphe ist jetzt ein Global Code. Das ist vorerst nur für PC, kommt mit einem der kommenden Updates, aber auch für die ganzen anderen Konsolen. Aber ich kann nur nochmal betonen, jetzt gerade nur für PC. Und falls ihr meine Glyphe haben wollt, das bedeutet, ihr könnt sie dann einfach in der Mission irgendwo hinklatschen, ihr könnt sie als Profilbild benutzen, ihr könnt sie auf dem Raumschiff an eure Wand hängen mit dem Glyphe-Display. Dann müsst ihr einfach nur mit Capslog Wernock auf der Promo-Seite eingeben oder ihr klickt einfach auf den Link, den ich unter diesem Video poste und dann werdet ihr automatisch dahin geleitet und sogar schon für euch alles in die Zeile eingegeben. Also, falls ihr daran Interesse habt, ich freue mich immer, wenn ich einen sehe, der mit der Glyphe rumrennt und bald kommt das Ganze, wie gesagt, auch für Konsolen. Von daher, viel Spaß mit meiner Glyphe!